Wir beginnen mit einer Sakada und einem gekreuzten System. Hier der Mann wird den Fuß wechseln und immer wieder dran denken. Wenn wir eine Sakada machen, müssen wir auf der Linie, wo die Frau steht. Das heißt, wir werden nicht parallel in der anderen Spur bleiben, sondern in dieselbe Spur wie die Frau. Und dann passiert die Sakada, weil wir hier unser Gewicht verleihen. Deswegen lässt die Frau das Bein locker. Danach werden wir nach hinten strecken und unseren Körper nach vorne lassen. Nach hinten werden wir uns nur abstützen, aber nicht unseren Oberkörper nach hinten extra bringen. Das würde falsch sein. In dieser Linie und in dieser Linie, damit wir das schaffen, müssen wir gut bestampeln, stehen und später strecken. Das ist für die Damen am Anfang auch ganz wichtig. Wenn uns der Herr rundwärts fühlt, werden wir mit dem Standbein beugen und das Spielbein gut strecken. Wenn wir oben mit dem Herrn in Verbindung bleiben, sodass er uns die Schrittgröße führen kann. Wenn unsere Achse aufbaut, wir springen den Kontakt beim Innenschenkel, lassen wir das rechte Bein einfach los. Wichtig ist, dass es locker ist. Vom Oberschenkel, Hüfte bleibt unter unserem Oberkörper. Er will uns jetzt das hintere Bein ins Kreuz führen. Was passiert ist? Über Oberschenkel-Knie-Kontakt. Und das linke Bein ist locker. Versuchen wir den Herrn vom Großbein und nicht mit den Armen festzuhalten. Gehen wir raus mit links und der Herr wird uns wieder auf unsere Achsel stellen. Sehr wichtig ist unsere Haltung, dass wir unsere Dachhochhaltung behalten, dass wir hier nicht kippen, weil sonst funktioniert nicht. Wenn alles gleich geht für die Damen, versuchen wir immer unsere Linie zu verhalten. Das heißt, Oberkörper über der Hüfte, nicht die Hüfte nach hinten strecken oder den Bauch nach vorne. Immer wieder dran denken, das ist dieser Kontakt, dass wir dort nicht die Hüfte haben, um eine Volkade zu machen. Damit das linke Bein ist ohne Gewicht. Ganz wichtig, wenn wir in die Volkade geführt werden, nicht das linke Bein absetzen, übertrieben passiert das. Wir sind hier drei. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020